OIKE Let's just make JA! Du Brüder bist viel! Ganz kritisch! Oh mein Gott! Alter! Das ist creepy, wenn man die, wenn man zurückkommt und dann diese Mono auch nicht anguckt Warte, ich muss das mal im Stream gucken Kommen Ah, das waren die, die waren hier Ah, bei Alice in Sun sind sie Kommen Sind sie unten? Ey, das ist auch schön drin Lebensmüde? Die sind doch mega gut Ruhig Surprise Motherfucker Hau bei! Ja gut Oh, das spielt mal mit einer Pumpe, aber der zweite? Ja, wo der war Boah, wenn du jetzt auf, wenn du jetzt so eine Romeo Handkanone guckst, ja, die Schaden macht, darfst du es eigentlich gar nicht wohin hinten, oder? Nömer was? Wenn du jetzt guckst, was die für Schaden macht, die Romeo Handkanone, darfst du sie eigentlich gegen... Jaaaa, du darfst den Schaden, darfst du nicht gehen Weil ich ruf hinten, finde ich Okay Zumindest war abgesägt nicht Der ist hier unten Ein paar Nichtskönner Originale Nichtskönner Brenne soll er Wer soll brennen? Wer ist der Hexen? Hier Hallo Habs weiter Ach, die Hexen soll brennen Was hast du gemacht? Kannst du den mal ausmachen? Ich habe ihn gerade gesucht Er ist dabei Ist das ein 2 vs. 2 oder ist das hier? 2 vs. 1 Der brennt ja immer noch Kannst du den mal ausmachen? Joke Kannst du ruhig nicht mehr looten Noch, noch ist dann Dürfte ich ausgebrannt sein Einmal eine Joke-Profi, da hat mich keiner Weil ich einen Chaos-Generator bekommen Oh, ne Mosin Die schmeckt mir Ne, Chaos-Botten-Generator Naja Würde jemand die Mosin bei dem hier tippen gehabt, ja Die Mosin wird nicht mitgenommen Bleibt keine Beine an der Starshell Vor allem Spezial-Munition noch einfach Vor allem, die versorgt mir jetzt richtig schön Den Munitionsverrat, die Starshell Finde ich, dafür dass er nichts kann Nein, doch, die leuchtet Ja Doch, ja Komm, wir gehen jetzt rein da Machen sie fertig Ah, hier ist Spezial-Munition Und normale Munition unten Ist gut Dann machen wir mal die Spinne kaputt jetzt Sind wir fein draußen Und ne Axt Klicke einer an hier So Olga Olga Ooga 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 Kannst du mal meine Laterne halten He Warte 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 Ja Am besten raus Bambus Ja Sonst weiß ich nicht wo die ist Ist wieder ruhig Ähm Soll nicht eigentlich noch ein neuer Boss kommen Ja, der ist schon in Bearbeitung Wo bist du O Ey, Ooga Ja Ah It was at this moment that he knew Du Brüder bist wie Ganz kredisch Oh mein Gott Alter Aber eigentlich ist die Kombi mit Flammmunition und Blutungsschaden gar nicht mal so schlecht Erst bluten lassen und dann einmal einzünden Bluten sind die meisten schon übel zum Panik Ja Schaust du Ich gucke Ja Ja, wir haben ein Ein Norden So, die Mistreaktion hier Alte Fenster Zwei Genau dahinter Hatten hit Blutet Boah, du hast halt überall Fall da ja Naja, wir müssen jetzt rein kommen Warte mal Ich rausgucken Ich werde mir mal was Fickes hin Rausbombe Ey, ihr Schweine Ui Oh, Spiele Huh Wahrscheinlich kommt glaube ich auch noch welche, oder? Äh Eine Ahnung Das ist ein Grund Oder das ist ein Grund Oder das ist ein Grund Oder das ist ein Grund Einfach nicht rein Die anderen beiden sind da hinten auf jeden Fall noch Auf ping Weil die kämpfen halt außer die könnten auch Richtung Süden abhauen, aber Ich habe jetzt keinen Bock zu rennen Du könntest auch einfach zum anderen bauentieren die töten Ich bin schon raus Ich bin schon raus Ja, der eine läuft hier unten Ich bin schon raus Schöner Schuss Schöner Schuss Wem darfst du Schweine Oh Oh Er hat das Feuer da verpasst Oh jetzt kennt er Er ist tot Ah Leute, er ist verflutet Ah Da ist ein Zombie reingerannt Das war deine falsche Entscheidung Du kleiner Spatzfreund Woher gehen die anderen hin Woher gehen die anderen hin Woher gehen die anderen hin Im Wasser gefallen ist er Woher durch die vom Steg gefetzt Ah ja, hier unten Hau mir in die Augen Mils, wem los, ich guck mal anders hin Hahaha Hahaha Ah